Musik Ja, so langsam kommen wir auf Weihnachten zu. Der 17. Türchen öffnen wir heute für euch. Und dazu könnt ihr natürlich wie gewohnt was gewinnen. Wir hatten vor kurzer Zeit schon mal eine Adventures Collection von Daedalic. Heute haben wir eine weitere Adventures Collection von Daedalic. Nämlich, so sieht sie aus, mit folgenden Spielen. Nämlich Face Noir, Journey of a Watch und Gomo. Ja, das könnt ihr heute gewinnen. Mit dabei ein Sticker von Journey of a Watch. Das könnt ihr auch noch gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Kommentar unter dem Advents-Generation-Türchen zu schreiben. advent.ipleminus.tv.de Und schon könnt ihr das Ganze gewinnen. Einfach mitmachen, einfach teilen. Und natürlich auch unter YouTube, unter dem YouTube-Video. Und schon könnt ihr die ganze Adventures Collection mit dem Sticker gewinnen. Dein Name Schluss ist dann gegebenenfalls so zwischen 6 und 7 Uhr. Immer dann, wenn das neue Advanced Scale natürlich in Sicht geöffnet hat, schließen wir das alte. Also, macht fleißig mit, shared fleißig und gewinnt diese Adventures Collection von Daedalic. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017